Hammerkurl, abwechselnd. Stehend, die Beine leicht gebeugt, um das Gewicht der Handtellen auf die Beine zu verlagern und die Wirbelsäule nicht übermäßig zu belasten. Rücken gerade halten. Arme hängen seitlich, der Griff der Handtellen ist in neutraler Position, die Handflächen sind nach innen geneigt. Unterarm beugen und Ellbogen so ruhig wie möglich halten. Langsam in die Ausgangsposition zurückkehren und die Bewegung mit dem anderen Arm wiederholen. Häufige Fehler 1. Schummeln, indem man den Rücken nach hinten beugt, um den Beginn der Bewegung zu vereinfachen. 2. Vorwärtsbewegung des Ellbogens während des Beugens 2. Ausgangspositioner 3. Ausgangspositioner